Wir haben es hier mit zwei großen M's zu tun, dem Monty von Feine Sahne Fischfilet und dem Martin aka Materia Masimoto, wie auch immer du das möchtest. Wie viel Spontanität ist da bei euch und eurer Show halt irgendwie drin und wie sehr würdest du dir manchmal im Gegenzug auch wünschen, dass Dinge geplanter laufen? Gibt's das? Ich bin Rapper, ich bin durch diese ganzen, ich bin nicht irgendein Idiot, der irgendwie Stein auf Bein reimen kann und gesagt hat, okay ich bin Rapper, sondern ich musste mich in Rostock in so einer kleinen Szene, ich glaube die Hip-Hop-Szene ist früher im Jatz in einem Club entstanden, damals noch im Rosengarten, das waren 250, 300 Leute in Rostock, da war die Reggae-Szene dreimal so groß und das war wirklich ganz, ganz klein und man musste halt was draufhaben, man musste sich im Battle messen und man musste freestylen und so, deswegen geht das schon und deswegen lässt man sich immer einen sehr, sehr großen Teil an Spontanität oder an Ansagen, weil vieles kommt ja dann auch einfach so. Manchmal hast du ja ein Gefühl, okay irgendwie funzt es nicht so richtig, dann versuchst du es mit Druck und mit Wahnsinn so, manchmal ist es gleich da und du bist eher so auf einer Welle und denkst, fuck, wie krass ist das hier, manchmal hat das, manchmal spürt man sowas schon, wenn es in der Luft liegt, manchmal nicht so und das ist aber auch okay und so ist das eben und da gibt es immer einen großen, großen Prozentsatz an Wahnsinnigkeit, wir gehen ja auch irgendwie rein und wir gehen auch ohne Securities rein, das ist auch glaube ich, was uns verbindet, warum das so schön ist, dass es diese Band und diesen Rapper, so doof gesagt, von uns da oben gibt, wir sind schon doll und es kann auch immer was krasses passieren, wenn du alleine reingehst und du sagst, ich will keinen scheiß Security dabei haben, kann immer alles passieren, kann irgendein Typ, der Monschi einfach richtig, richtig scheiße findet und den einfach richtig, richtig eine drücken will mit einem Schlagring und das kann bei mir auch passieren, so und, aber wir machen das und das ist irgendwie ein wichtiger Teil, das ist die Verbrüderung, das ist warum glaube ich, warum das ist natürlich bei Feine Sahne noch krasser als bei mir damals, weil bei Feine Sahne ist es ja wirklich so, boom, gerade so, dass die jetzt so schnell, diese Stadthalle so, ist ja unfassbar, das war ja immer so, wenn man so aus Mac Pom kommt oder so, ist das sowas wie so der krasse Traum und das ist so, ey, das weiß ich auch, wo ich da zum ersten Mal gespielt habe, war so, alter, fuck, das war so Kotze im Mund gehabt, die ich mir so runterschlucken musste, so, weil es zu krass war, auch die Family und so, diese ganzen Leute, alle da waren und das ist schon immer alles so doll und alles auf sehr, sehr, also dieses 100% Ding und so, das überschreiten wir schon, egal ob das einem, ob das einem gefällt oder ob es irgendwie gerade irgendwas nicht ganz so geil ist oder die Leute irgendwie vielleicht schon ein bisschen müder sind oder keine Ahnung und dann versteht man auch, dass es auch manchmal einfach so ist, auch bei mir, ich spiele hier irgendwie 0,45, das ist eine Wundertüte, entweder sind die alle krass oder sind halt total, ey, wenn es drei Tage durch regnet und die mit den Gummistiefeln, die können halt auch einfach da nicht mehr, die sind am Ende so, das kann halt alles passieren und man versucht und macht und tut und, aber ich glaube, die Leute kommen zu unseren Live-Shows, zu Feine Sahne und Materia, weil sie wissen, dass da Leute sind, die da alles geben, also mehr als alles geben, die das lieben, dass sie das machen, die das nicht wegen irgendwelchen anderen Scheiß machen, wie irgendwelchen Umständen, wie Kohle, wie das, sondern die machen das, weil es einfach ein riesengroßer Traum ist, wo alle immer gesagt haben, das wird niemals klappen und das ist wirklich ein krasser Fakt. Ich kann keine Instrumente, ich war nie sozusagen der Musiker. Ich auch nicht. Nein, aber sozusagen in einer Band spielen und für dieses, ich glaube, es gibt da keinen Unterschied, das wirkt dann vielleicht für Leute so, als wenn es bei uns ein bisschen chaotischer ist und bei Martin dann weniger. Ich habe einige Materia-Konzerte gesehen und ich empfinde das sehr, sehr gleich, dann ist vielleicht ein paar Sachen größer, ein paar Sachen kleiner, aber es ist nicht so, dass wir jetzt sagen, ey, pff, wir spielen eine 1830-Hauptbühne, gib einen Fick drauf, sondern wir haben Bock, geil abzuliefeln. Und wir nehmen das auch ernst, in dem Sinne, dass ich will, dass ich das Affen geil finde. In erster Linie ich selber, wir sechs, geil finde, dass ich sagen kann, Alter, ich denke hier, ich weiß nicht, die Leute bezahlen hier über 100 Euro oder so oder 150 Euro für so eine Festivalkarte. Und ich glaube, ich habe das ein paar Mal, ich hatte mal einmal, als wir das erste Mal ein großes Festivalauftritte gespielt hatten, habe ich dann so einen Live-Auftritt von uns gesehen und da habe ich mich einfach geschämt für mich. Total voll, total auf irgendwelchen Zeug und du denkst, du bist halt der geilste Typ und du denkst halt, boah, nur Fremdscham, wie affig bist du. Wir wollen, also sozusagen, wir geben da einfach alles. Das wirkt dann vielleicht chaotischer, weil genau das, was Martin gerade gesagt hat, manchmal denkst du, Dick, ey, jetzt musst du reingehen. Scheißegal, ja, wenn ich jetzt hier alles dreckig, irgendwas aufgerissen, ich bin vorhin da, die Leute grüße raus, die mit mir da irgendwie unten lagen, als wir hingeballert sind, bei komplettem Arsch beim letzten Lied. Und irgendwie habe ich mich gebissen, ja, einfach in meine eigenen rechten Titte, so. Und einfach, wo du denkst, Dick, was geht ab, aber, ja, wie geil auch sozusagen, ja, wie bescheuert und wie geil, das erleben zu dürfen, das ist genial. Habt ihr so klassische What-the-Fuck-Momente, an die ihr euch erinnert? Also das erste Mal, wo ihr so richtig, wo ihr euch ewig dran erinnern werdet, so Festivalmomente, wo ihr einfach sagt, was ist denn hier jetzt gerade passiert, das kann ja gar nicht mehr wahr sein. Die ersten Festivals, auch wenn da vielleicht nicht die allergrößte Masse stand, aber auf einmal stand es so vor, 2000 Leuten. Das ist ja, fuck, wie geil. Und ich weiß ja noch, Highfield-Festival, dann hat irgendeiner im Publikum ein Bengalo angerissen und dann wollten die ihn da rausziehen. Und ich hatte gerade ein Bengalo an meinen Eiern stecken und dann habe ich gesagt, lass sie ihn in Frieden. Und dann habe ich ein Bengalo rausgeholt, da habe ich gedacht. Genial, der Moment hat das Bengalo selbst angezündet, haben sie ihn drin gelassen. Also sowas, es gibt geniale Momente. Ja, und all das, was man da wirklich erleben darf, ist einfach grandios. Wenn ich immer so wie an Festivals denke, ist es halt gerade, wir machen unser eigenes Ding da in Ways in the Arm, wirklich in Vorbommern. Und wenn da halt wirklich deine alte Grundstudiererin kommt, dein alter Pastor, deine ganze alte Fußballmannschaft, du das mit den Leuten aufziehst, deine Mutter und Vater da steht, deine Mutter mit dem Bengalo, dein Vater macht am besten Tresen, dann sind das einfach grandiose Momente, die einfach wunderschön sind. Und da gibt es zuhauf, wir standen heute um 18.30 Uhr beim Hurricane Festival auf der Hauptbühne. Was soll ich denn? Und wenn es in einem halben Jahr vorbei ist, scheiß drauf. Ich kann sagen, Digga, also ein bisschen haben wir abgeliefert. Also wenn man so 300 Leute bei so einem Konzert hat, das war ja so eine Zeit, wo auf einmal so 300 da gab es so Clubs, das war schon echt so krass. Und dann hatte man, das weiß ich noch, in Stuttgart war das, im Zapata, da hatte ich mal eine erste Tausender-Show. Und das war so, okay, fuck, tausend Leute. Das war irgendwie, keine Ahnung, 2011 oder so. Und das war so, wow. Und das ist so ein Moment gewesen, okay, fuck, was passiert hier eigentlich gerade? Und dann kommt das und dann kommen die Leute und dann eigentlich entwickelt man sich da mit, aber man, ich bin ja wie gesagt seit über drei Jahren jetzt ohne Alkohol und alles, aber eigentlich hat man sich damals einfach weggeschossen und hat es aber trotzdem gefeiert. Also nicht so dieses, oh man, war ja betäubt und hat nichts mitbekommen, sondern es war so ein geiler Lifestyle. Wir haben ja alles geballert, wir haben ja Drogen konsumiert, Alkohol gesoffen und einfach riesen Spaß gehabt. Und wir waren alle gleich. Also bei uns hat nie einer Nein gesagt. Das war das große Problem, so stopp mal. Und irgendwann hat es bei mir dann halt irgendwie so bam gemacht und so irgendwie fast verreckt mit den Nieren. Das war natürlich krass. Und jetzt bin ich halt so der, jetzt bin ich halt immer clean. Ich hatte halt mega Schiss davor. Ich hatte einmal bei diesem Eier-mit-Speck-Festival da in Viersen, da hatte ich einmal eine Show gespielt ohne Alkohol in meinem ganzen Leben und das war Horror, weil ich habe mich nur verrappt, war nur, das war so richtig so, fuck, was mache ich hier? Und dann war meine erste große Show, also meine erste Soloshow nach meinem Nierenversagen und so ohne Alkohol war dann meine große Show in Rostock im IGA-Park mit 20.000 Leuten. Und dann war ich halt so, fuck, ich war glaube ich drei Wochen so nervös und so, wie soll ich das, was soll ich da machen und so. Und das war im Nachhinein das schönste Konzert ever, weil es war so ein Regeneinbruch, das war so ein Amok an Bengalo-Meer und auf einmal habe ich gemerkt, hatte es so Klick gemacht, wie ich das alles so in der Hand hatte, so weil ich nicht, das, was Monchi vorhin gesagt hat, dieses Ding, wenn man so alte Videos gesehen hat und du denkst immer auch, wenn du so drüber bist, bei mir war das oft so, da dachte ich, Mann, das war so ein geiler Gig und so und dann guckst du die Videos an und denkst, wie peinlich, wie Panne, wie schlecht, wie laut, wie doll, alles daneben und so und da habe ich so, das war auf jeden Fall was so für meine Live-Welt, weil ich mir die Wahnsinnigkeit hole, ich mir trotzdem, ich bin, ich habe mit Udo Lindenberg auch gequatscht, der ist ja so ähnlich wie ich, ein bisschen älter so vielleicht und eine krasse Legende, aber der hat, der sagt, der hat praktisch so einen imaginären Knopf, den er so drückt und dann ist er wieder so on, also wie voll drauf sein so und so ist es bei mir halt auch, wenn, auf einem Konzert, dann ist das so richtig wild und richtig doll und ohne, dass ich dann was trinke, aber das war für mich schon ein sehr, sehr schwieriger Moment, irgendwie diesen Umschwung zwischen eigentlich immer irgendwie, also auf die Bühne gehen ohne vier, fünf Bier und vier, fünf Kurze, war eigentlich nie so und das war schon krass, wenn man wirklich clean ist als Einziger und alle um einen rum so steil gehen und du hast aber dann die Verantwortung auch und es stehen da so viele Leute und das war schon schwierig, aber es war mega, weil du einfach die Kontrolle hast, so. Wie geil es auch ist, nicht Hammerhart, irgendwo zu spielen, weil eigentlich ist das ja sozusagen, ja, hat was halt mit Selbstbewusstsein zu tun, ne, so, du knallst dich halt weg und du denkst dann, war der allergeilste Scheiß, ich habe Konzerte gespielt, wie gesagt, das jetzt, ich habe mir nur Hosen gepisst, während das auftrittst, kein Scheiß, also asozialst, das heißt nicht, dass das nicht immer passieren kann, das will ich nicht sagen, aber das irgendwann zu checken, dass man sich selber noch viel mehr krass pushen kann und dass du auch die Leute checkst, ey, was ist gerade cool, worauf musst du gerade aufpassen, ja, und was ist gerade für die Leute geil und dass es sie auch mehr pusht und die nicht nur denken, oh Gott, was läuft da für ein Opfer rum, wenn ich heute auf dem Gelände hier rumgelaufen bin und mit den Leuten labere, da würde ich mich einfach stehen, ich würde mich schämen, wenn ich zugekokst auf der Bühne stehen würde, so, so kann ich das sagen, ja, und, äh, das braucht aber auch Zeit, bis man sowas checkt, weil irgendwann, also, so, das, jetzt tue ich auch so, als wenn ich hier der Reflektierte bin und nachher macht ihr irgendwelche Aufnahmen, wo ich habe, als schämlich rumliege, aber dann spiele ich erst morgen wieder ein Konzert.